Einen weiteren Schritt in Richtung Meistertitel macht die SVG Reichenau beim Heimspiel gegen den FC Kitzbühel. 300 Besucher sehen bereits in der fünften Minute durch Kevin Rady die Führung für die schwarz-roten Innsbrucker. Nur drei Minuten später erhöht Reichenau-Kapitän Patti Steinlechner auf 2 zu 0 sein 14. Treffer in der Tiroler Liga. Mario Lanzinger verwandelt in der 21. Minute einen Strafstoß zum 3 zu 0, gleichzeitig auch der Pausenstand. In Hälfte 2 lässt Michael Happ in der 68. Minute die Reichenauer erneut jubeln und in der 75. Minute kommt Patti Liebhardt für Andi Stassny ins Spiel. In der Tabelle liegt die Reichenauer zwei Runden vor Schluss mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Patti Liebhardt kam nach dem Erfolgserlebnis in der UPC Tiroler Liga beim Spiel der SVG Reichenau 1b nicht nur einen 7 zu 2 Erfolg gegen Udans, sondern auch den Meistertitel der Reichenauer 1b in der zweiten Klasse Ost feiern.